Hallo zusammen, Heizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der drohende Sturm anzunehmen bei Half-Fort Filmbahn in Boralus an dieser Position. Und nun darf ich zu Jaina. Also heißt es mal schnell zu Burg Wachtmehr fliegen. Solltet ihr diesen Flugpunkt nicht haben, was ich bezweifle, könnt ihr hier hinunterlaufen, dann hier entlang, hier lang, hier geht es im Turm nach oben. In diesem Turm wieder nach unten und dann könnt ihr hier entlang laufen und euch den Flugpunkt holen und dann zeige ich euch jetzt, wie es weitergeht. Also von hier kommt man, wenn ihr zu Fuß kommt, beziehungsweise auf den Mount. Und hier ist die Jaina. Wir dürfen die Welt nicht der Dunkelheit überlassen. Quest ist abzugeben bei Lady Jaina Prachtner in Boralus an dieser Position. Danke fürs Zuschauen. Hoffe mein Video konnte euch helfen. Ciao. 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 1.